Du bist Architekt oder Architektin, hast eine kreative Ader und keine Lust mehr auf 0815 Jobs von der Stange? Dann komm zu uns. Bei uns bist du kein fünftes Rad am Wagen. Mit echten Karrierechancen, einer großen Projektvielfalt und einem Mega-Team im Rücken steht deiner beruflichen Zukunft bei uns nichts mehr im Weg. Deine Kreativität ist also genauso gefordert wie deine Projektmanagement und Teamfähigkeiten. Und du kannst in jedem Projekt aufs Neue zeigen, was in dir steckt. Und mehr als das ist mir besonders wichtig, dass die Anerkennung und Projekterfolge vor allem auch nach außen dir als verantwortliche Person zusteht. Das heißt, dass auch du zur Schlüsselübergabe oder Pressetermin geschickt wirst, um dich für deine Leistungen feiern zu lassen. Und nicht zuletzt deshalb herrscht bei uns im Team eine super lockere Atmosphäre, wo wirklich niemand dem anderen die Wurst vom Brot nimmt. Katrin, das heißt, wo niemand dem anderen die Butter vom Brot nimmt. Und natürlich kann da eine kleine Prise Humor nicht schaden. Wenn du also Lust auf einen beruflichen Tapetenwechsel hast, dann bewirb dich direkt beim Planungsteam Exela. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen. Auch wenn du da grapefします hast,